In diesem Video analysiere ich für dich ASML und gebe dir einen konkreten Ausblick, wie es hier mit dieser Aktie weitergeht. Denn seit den Allzeithochs in diesem Jahr ist die Aktie etwa 25% im Minus zum aktuellen Stand. Wie es hier weitergeht, das erfährst du in dem heutigen Video. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn es ist super spannend, diese Aktie hier zu analysieren. Es gibt viel zu lernen und natürlich, wenn du diesen Content magst, dann lass mir gerne einen Like da und schreib mir auch super gerne deinen Kommentar unter das Video mit einer nächsten Aktienanalyse, also einer Aktie, die ich für dich in dem nächsten Video analysieren soll. Ich freue mich drauf. Los geht es jetzt mit der Aktienanalyse und wir starten erstmal mit einem allgemeinen Blick auf Google Finanzen. Dort kann man die fundamentalen Zahlen freizugänglich analysieren und natürlich gibt es hier jetzt keinen Ausblick wie in anderen Softwaren, wie zum Beispiel dem Aktienfinder. Aber wie das so ist mit diesen Ausblicken von den Analysten, das kann sich halt alles ändern und das ist natürlich auch keine Garantie, dass sich diese Aktien dahin entwickeln. Deswegen der Blick auf die realen Zahlen hier in Google Finanzen reicht meiner Meinung nach vollkommen aus. Und wir sehen hier die letzten fünf Jahre. Die ASML ist natürlich in einem Aufwärtstrend, ja eine super solide Aktie, Nummer eins, Burggrabenaktie und so weiter, Wachstumsaktie. Also wirklich sehr, sehr solide aufgestellt hier und ja, wir werden hier sehen, wie es hier weitergeht. Aktuell hat sie letzten Endes korrigiert hier, das sehen wir hier von den Höchstständen über 1000 Euro je Aktienkurs bis auf aktuell ca. 750 Euro. Und dann schauen wir mal hier unten uns die Finanzdaten etwas genauer an. Dort sehen wir erstmal hier natürlich die jährlichen Gewinne und Verlustberechnungen. Wir sehen hier natürlich auch diese schöne, solide steigende Kurve. Umsatz ist steigend, Nettoertrag ist steigend, jedes Jahr seit 2019. Und das ist natürlich genau das, was wir sehen wollen, was natürlich hier auch diesen Aktienkurs letzten Endes nach oben bewegt hat. Schauen wir uns mal die vierteljährlichen Sachen an. Und hier kommen wir nämlich schon zu dem Problem, warum ASML aktuell korrigiert und nicht mehr so weiterkommt und letzten Endes 25% unter dem Allzeithoch steht. Denn hier sehen wir die Zahlen zum letzten Jahr und wir sehen, dass hier Umsatz und Gewinn, Nettogewinn, letzten Endes seit Mitte letzten Jahres stagniert haben. Und jetzt sogar im März 2024 in den Quartalszahlen des ersten Quartals und jetzt zum zweiten Quartal hier leicht rückläufig sind. Das heißt, für das Jahr 2024 ist jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wie ist der Ausblick auf das Jahr 2024? Kann ASML die hohen Erwartungen der letzten Jahre letzten Endes erfüllen? Und hier jährlich konstant steigende Umsätze und natürlich Nettogewinne jährlich, das haben sie die letzten Jahre jedes Jahr geschafft, dieses Jahr im Jahr 2024 fortsetzen. Denn wir sehen, dass wir hier im Jahr 2023 hier am Ende Nettoertrag von 2,5 Milliarden hatten bei einem Umsatz von 7,2 Milliarden. Das wurde natürlich im ersten Quartal 2024 nicht geschafft. Dort war der Nettoertrag fast die Hälfte nur mit 1,2 Milliarden. Zweites Quartal 1,5, knapp 1,6 Milliarden, schon wieder deutlich besser. Das heißt, hier gibt es eine steigende Tendenz in 2024. Und dieser Ausblick, der muss natürlich jetzt auch fortgeschrieben werden, dass wir auch Ende des Jahres 2024 wieder über 2 Milliarden Nettoertrag hier kommen. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Bilanz an. Auch in der Bilanz sehen wir hier natürlich, dass ASML eine sehr, sehr solide Aktie ist. Steigendes Gesamtkapital. Natürlich, die Gesamtverbindlichkeiten sind auch etwas steigend. Hier im Jahr 2023 sind die Gesamtverbindlichkeiten sogar etwas gesunken. Bei einem steigenden Gesamtkapital, so etwas will man sehen. Aber auch hier vierteljährlich stagniert das Ganze etwas. Das Gesamtkapital stagniert und die Gesamtverbindlichkeiten sind letztendlich hier etwas angestiegen. Schauen wir uns mal den Cashflow an. Und ASML ist hier eine Technologieaktie, eine Wachstumsaktie, die hier, und das sehen wir auch schon im jährlichen Cashflow, natürlich sehr, sehr hohes Investitionsbudget hat, was natürlich letztendlich reinvestiert wird. Und das sehen wir hier. Der Cashflow, der ist 2020 wirklich deutlich positiv gewesen. Wahrscheinlich wurden in diesem Jahr nach der Corona-Krise die Investitionen massiv zurückgefahren. Und hier letzten Endes nicht mehr so stark in Zukunftstechnologien investiert. Das ist jetzt in den letzten Jahren wieder deutlich angezogen. Es wird massiv investiert. Und das ist letzten Endes auch ein gutes Zeichen für diese Aktie, dass hier natürlich der Cashflow ist nicht so entscheidend. Es ist entscheidend das Wachstum. Das Wachstum dieser Aktie, das ist entscheidend, nicht der Cashflow. Denn dieser ist hier, hat hier letztendlich keine Aussagekraft für die Aktienkursentwicklung. Die Aktienkursentwicklung, die wird getrieben von dem Ausblick. So, und da sind wir jetzt letzten Endes schon beim Stichwort. Schauen wir uns jetzt den Ausblick an, beziehungsweise hier, wir wissen ja schon, dass wir hier in den Gewinn- und Verlustverrechnungen im Vierteljahr hatten wir letzten Endes diese stagnierenden Umsätze und Nettoerträge, die leicht steigend waren wieder. Und genau das müssen wir jetzt auch im Quartal 3 sehen. So, kommen wir jetzt einmal in TradingView und dort sehen wir natürlich hier diese Sachen auch. Wir sehen hier die Earnings des ersten Quartals. Ja, da war das erste Mal der Ausblick in Frage zu stellen und dann des zweiten Quartals hier. Und seitdem, da wurde nochmal nach oben ein neues Allzeithoch gemacht, dieses neue Allzeithoch. Man hätte es ahnen können, ja, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Zeitpunkt des ersten Quartals, hätte man es hier ahnen können, dass das eventuell kein starkes Hoch ist. Denn der Ausblick, der war schon hier nach dem ersten Quartal fraglich, ob dieses aggressive Wachstum im Umsatz und Ergebnis der letzten Jahre fortgeschrieben werden kann. Es wurde bestätigt, dass das kein starkes Hoch war, ja, ein schwaches Hoch. Es wurde hier oben mehr verkauft. Man sieht das hier unten auch an den Verkaufskerzen im Volumen. Diese Preise, die wurden hier letzten Endes mehrheitlich verkauft. Es gibt hier keine großen Käufervolumen und das wurde natürlich dann auch mit diesen Earnings hier bestätigt. Mit diesen Earnings wurde das bestätigt, dass das ein schwaches Hoch ist. Und seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrekturphase. Diese Korrekturphase, die muss jetzt beendet werden, denn sie ist immer noch da, die Aktie korrigiert. Und sehr, sehr volatil hier natürlich mit den Dividendenzahlen und sonstigen News, die hier wahrscheinlich auch getrieben wurden von den Technologiewerten. Letzten Endes ist dort ASML auch natürlich nicht verschont geblieben. Allerdings müssen wir jetzt auch mit den nächsten Earnings und die nächsten Earnings, die sind voraussichtlich am 16. Oktober. Bis zum 16. Oktober ist hier, ich würde mal sagen, noch ein bisschen die Füße stillzuhalten, denn dort werden wir die nächsten Earnings kriegen, voraussichtlich. Und dann werden wir sehen, ob einmal natürlich Umsatz und Ergebnis, also Nettoertrag, auch weiter konstant steigen sind und ASML mit einem Ausblick, mit dem Ausblick auf das Jahr 2025 hier überzeugen kann. Und somit letzten Endes neue Alterthochs und neue Bewegungen, neues Momentum hier in die Aktie bringen kann. Wenn das nicht der Fall ist, bis zum 16. Oktober würde ich hier erstmal noch nicht investieren. Aktuell befinden wir uns in dieser Konsolidierungsphase und diese Konsolidierungsphase, die könnte natürlich abgeschlossen sein. Wenn wir uns hier die Levels einmal anschauen auf dem Volumenprofil, da zoomen wir einmal relativ weit raus, da sehen wir, dass wir uns noch über diesem Volumenberg hier befinden. Das ist erstmal eine gute Sache und solange wir uns hier über der 650 befinden, ist erstmal alles noch okay. Wenn wir natürlich die 650 wieder attackieren, dann ist hier wirklich Vorsicht geboten. Alles, was darüber hinaus darüber ist, ist meiner Meinung nach noch ein Bodenbildungsprozess, könnte ein Bodenbildungsprozess sein. Höhere Tiefs, jetzt brauchen wir nur die höheren Hochs und natürlich auch die Bestätigung von diesen Earnings, dass das auch der Fall ist. Und dass wir hier diese Abwärtsbewegung beendet haben und wieder mit einem positiven Ausblick auf das Jahr 2025 blicken können. Und hier wieder steigende Aktienkurse natürlich auch sehen. Denn wir sehen, dass die Käufer, die Käufer sind aktuell aus dieser Aktie noch nicht raus. Wir haben hier am 20. September nochmal massive Verkäufer gesehen, massives Verkaufsvolumen, das natürlich hier absorbiert wurde. Ja, es wurde nicht, es hat nicht zu einem großen Drop geführt, wie das zum Beispiel hier nach den Dividenden der Fall war, wie das hier rund um die Earnings der Fall war. Da gab es hier keine Gegenwehr. Hier am 20. September gab es Gegenwehr und es haben hier ein anderer großer Marktteilnehmer auf der Limitseite, der hat hier diese Aktien zu diesem Preis gekauft. Und diese müssen natürlich jetzt auch hier die Aktie bewegen. So, kommen wir nun zu meinem ganz konkreten Ausblick. Ja, aktuell, gucken wir mal, ob ich das hier reinkriege, meine Zeichnung wieder. Wo sind denn meine Zeichnungen? So, da ist meine Zeichnung. Schieben wir die mal ein bisschen hier rüber. So, aktuell ist erstmal noch ein bisschen meiner Meinung nach die Füße stillzuhalten in dieser Aktie. Denn wir sind noch in dieser Korrekturphase. Ich würde hier nicht ins fallende Messer greifen. Das ist zumindest nicht meine Strategie. Wenn man ins fallende Messer greifen möchte, ja, dann hier unten auf dieser Bodenbildung. Allerdings ist das mit Risiken behaftet, denn dann kann es natürlich, wie gesagt, auch weiter runtergehen. Ich denke nicht, dass ASML hier wirklich weiter korrigiert. Das ist eine solide Aktie. Und ja, diese Levels hier unten auf 670 Euro, das sind mit Sicherheit gute Kaufgelegenheiten für die langfristige Zukunft. Ja, diese Aktie ist, ja, solide aufgestellt für die Zukunft und wird, denke ich, mit dem Gesamtmarkt hier weiter wachsen. Und das ist natürlich auch mein Ausblick. Der Gesamtmarkt ist weiterhin in einem Bullenmarkt. Wir befinden uns in einem Bullenmarkt. US-Wahl dieses Jahr im November wird das wahrscheinlich bestätigen. Bis erstes, zweites Quartal 2025 definitiv erstmal weiter ein Bullenmarkt. Das heißt, man kann natürlich solche Qualitätsaktien auch zu niedrigen Preisen einsammeln. Wenn man hier eher kurzfristig bis mittelfristig investiert ist oder sich investieren möchte, dann würde ich hier aktuell etwas abwarten, bis auf die Earnings abwarten, wieder einen steigenden Rhythmus abwarten. Und dieser steigende Rhythmus, der könnte zwei Szenarien haben. Einmal natürlich, wenn wir mit den Earnings einen Bruch über diese Hochs hier kriegen, über die Hochs vom 26. September bei dem Preislevel von 780. Wenn wir dort auch die Kurslöcke jetzt hier endgültig nochmal schließen, dann sind das hier steigende Kurse. Und dann wird erstmal natürlich das Level von 870 wieder attackiert. Und dann natürlich auch langfristig hier diese Eisert Hochs. Natürlich muss dafür der Ausblick passen. Deswegen ganz wichtig, achtet auf die Earnings und achtet auf die Reaktion um die Earnings. So, wenn das natürlich nicht der Fall ist, wenn der Ausblick für 2025 enttäuscht oder fragwürdig ist, wenn einfach nur Fragezeichen dargelassen werden, dann kann es sein, dass die Aktie auch nochmal weiter unten korrigiert. Das ist dann das zweite Szenario, dass wir hier nochmal auch die Kurse unter diesen Tiefs holen. Das muss nicht heißen, dass wir hier wirklich nach unten gehen. Das muss es nicht heißen, denn wie gesagt, das ist eine Qualitätsaktie. Das kann einfach nur sein, dass wir nochmal diese Kurse unterschreiten, Liquidität holen und dann im späteren Verlauf mit dieser Gesamtaktie letztendlich nächstes Jahr mit den nächsten Earnings dann hier letztendlich aufräumen und wieder steigende Kurse sehen werden. Aktuell, wie gesagt, ASML, solide Aktie. Ich würde erstmal mittelfristig die Füße stillhalten. Tiefe Kurse hier bei 660, die kann man natürlich einsammeln. 670 einfach nur, weil es eine starke Aktie ist. Für die Momentum Trader würde ich auf das Momentum warten und dann hier prozyklisch letzten Endes hier erst nach den Earnings diese Aktie kaufen. Das mittelfristige Trading hier auch mit Aktien, das kann man lernen, um eine konstant steigende Rendite zu erreichen. Wenn du das lernen möchtest, dann schau dir gerne meine Webseite an. Kontaktiere mich für dein erstes freies Coaching. Ich kann dir hier beibringen, wie du auch solche Aktien mit einer einfachen, soliden Strategie hier mittelfristig traden kannst, um eine konstant steigende Rendite auch mit dem Aktientrading im Swing Trading erreichen kannst. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg im Trading. Bleib unbedingt dran bis zum nächsten Video und ich freue mich über deinen Kommentar unter dem Video mit dem nächsten Unternehmen für eine Aktienanalyse. und einsteigend habe ich das alles im Körner. Und ich freue mich über den Augen auf dem Film. Ich bin ja auch ein Teil meiner Artikel. Und ich habe das auch ein Teil der сохран!